Schon vergeben? Der Vergaberecht-Podcast von Heuking Kühn-Löhr-Beutek. Diesmal Rahmenvereinbarungen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Podcast-Folge Heuking schon vergeben. Heute mit dem Thema Rahmenvereinbarung. Wir, das sind mein Kollege Moritz von Voss, hallo. Und ich, Max Richter. Rahmenvereinbarung, unser heutiges Thema. Da fragen Sie sich natürlich als erstes, was ist eine Rahmenvereinbarung überhaupt? Rahmenvereinbarungen sind im Grunde eine Vertragskonstruktion, auf deren Grundlage Sie noch nicht eine Dienstleistung oder eine Ware direkt beschaffen, sondern nur die Möglichkeit haben, zu bestimmten Konditionen diese Waren oder Dienstleistungen abzurufen, zu den Konditionen, die in diesem Vertrag niedergelegt sind. Das ist im Grunde eine Rahmenvereinbarung. Rahmenvereinbarungen können im besten Fall Beschaffungen beschleunigen und vereinfachen. Öffentliche Auftraggeber können diese immer dann nutzen, wenn sie zukünftig einen wiederholten Bedarf an Waren oder Dienstleistungen haben, bei dem sie aber noch nicht genau festlegen können, wann dieser Bedarf genau entsteht und in welchem Umfang. Dann ermöglicht es die Rahmenvereinbarung, wie lieber Max, du schon gesagt hast, die Bedingungen für diese einzelnen zukünftigen Beschaffungsvorgänge im Vorfeld festzulegen. Aber bevor wir alles vorwegnehmen, gucken wir doch mal kurz ins Gesetz. Wie ist da eigentlich die Rahmenvereinbarung definiert, Max? Rahmenvereinbarungen in vergaberechtlicher Hinsicht sind in § 103 Absatz 5 legal definiert. Darin heißt es, Rahmenvereinbarungen sind Vereinbarungen zwischen einem oder mehreren öffentlichen Auftraggebern oder Sektorenauftraggebern und einem oder mehreren Unternehmen, die dazu dienen, die Bedingungen für die öffentlichen Aufträge, die während eines bestimmten Zeitraums vergeben werden sollen, festzulegen. Insbesondere in Bezug auf den Preis. Weiter stellt § 103 Absatz 5 klar, dass Rahmenvereinbarungen eben, da sie noch keine feste Verbindlichkeit begründen, dass irgendwas ausgetauscht wird, eben ihrerseits noch keinen öffentlichen Auftrag darstellen, aber nichtsdestotrotz das Vergaberecht auf Rahmenvereinbarung anwendbar ist. Darum gilt das gesamte Vergaberecht auch für Rahmenvereinbarungen, obschon eben keine feste Verbindlichkeit durch diese begründet wird. Dabei sind, wie aus der Vorschrift schon hervorgeht, verschiedene Konstellationen von Rahmenvereinbarungen denkbar. Genau, es gibt zum einen die Rahmenvereinbarungen, die nur mit einem Unternehmen geschlossen werden. In diesem Fall erfolgt dann der spätere Einzelabruf unmittelbar durch Abruf des Auftraggebers, ohne dass vorher ein erneuter Wettbewerb stattfindet. Daneben gibt es dann aber auch Rahmenvereinbarungen, an denen mehrere Unternehmen beteiligt sind und in denen entweder schon klar ist, wer bei Einzelabruf es wird, sprich die Konditionen schon im Vorhinein festgelegt sind, wer wann welchen Einzelauftrag durchführen wird, oder diese Konditionen sind noch nicht vorgelegt, sondern es gibt einen weiteren sogenannten Mini-Wettbewerb. Und auf der Seite der Auftraggeber kann es auch mehrere Abrufberechtigte geben. Genau, die müssen dann aber zwingend vorher mit in der Rahmenvereinbarung genannt sein. Aus der Rahmenvereinbarung können nur solche Auftraggeber abrufen, die zumindest aus der Rahmenvereinbarung heraus bestimmbar sind. Das wiederum gilt auch für die Unternehmen. Der Einzelabruf kann nur von Unternehmen erfolgen, die selber schon Rahmenvertragspartner sind. Die klassische Art der Rahmenvereinbarung ist jedoch in der Regel eine Rahmenvereinbarung mit lediglich einem Unternehmen. Hier legt der Auftraggeber dann einfach die Konditionen fest, zu denen er bestimmte Waren oder Dienstleistungen für einen bestimmten Zeitraum einkaufen möchte. Das ist beispielsweise der Fall, gerade brandaktuell, beim Einkauf von Selbsttests. Da haben wir Rahmenvereinbarungen, zu denen die öffentlichen Auftraggeber bei bestimmten Unternehmen eine bestimmte Menge von Selbsttests abrufen können und denen sagen, wo sie die hinliefern sollen. Binnen einer bestimmten Lieferfrist, zu bestimmten Konditionen, zu bestimmten Vertragsstrafen, falls eben zu spät geliefert wird und, und, und. Das ist alles eine Frage, was man dann in die Rahmenvereinbarung reinschreibt. Im Ergebnis ist die Rahmenvereinbarung also eine Vorstufe des öffentlichen Auftrags, muss aber selber schon nach den Regeln des Vergaberechts vergeben werden. Die Rahmenvereinbarung stellt für öffentliche Auftraggeber insofern ein nützliches Instrument immer dann zur Verfügung, wenn Waren oder Dienstleistungen in großen Mengen beschafft werden sollen, die sozusagen gleichbleibend sind. Wie eben das Beispiel mit den Selbsttests, wo man immer wieder Selbsttests an bestimmte Lieferadressen geliefert haben möchte. Oder wenn man Schutzkleidung für Krankenhäuser bestellt und das für die sämtlichen Krankenhäuser beispielsweise eines Bundeslandes, sodass man die dann alle damit versorgt kriegt und die Krankenhäuser könnten beispielsweise dann auf Grundlage dieser Rahmenvereinbarung abrufen. Natürlich nur die staatlichen. Das sind die Beispiele, wo man als Auftraggeber darüber nachdenken kann, eine Rahmenvereinbarung auszuschreiben, um große Bedarfe zu bündeln oder einfach Bedarfe in eine Rahmenvereinbarung zu bündeln, um so dann eine große Menge sozusagen auch auszuschreiben und darüber dann über Skaleneffekte natürlich auch günstigere Preise zu kriegen. Nicht immer wieder genötigt zu sein, einen neuen Auftragnehmer zu finden, sondern man hat einen festen, zuverlässigen Partner für eine längere Zeit, bei dem man abruft, zu einem gleichbleibenden Preis über vier Jahre. Und das unter Umständen bei volatilen Preisen. Also man sichert sich auch den Preis. Gut, wir hoffen, jetzt haben Sie eine ungefähre Vorstellung, was eine Rahmenvereinbarung überhaupt ist. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer ins Detail. Und ich erkläre Ihnen als erstes, was man eigentlich alles in der Rahmenvereinbarung vertraglich ausgestalten sollte. Da sind die Möglichkeiten natürlich mannigfaltig, aber bestimmte Regelungen sollten eigentlich in der Rahmenvereinbarung immer drin sein. Zunächst sollte in der Rahmenvereinbarung natürlich beschrieben sein, um welche Leistung es überhaupt geht, welche Leistung der Vertragspartner im Falle eines Einzelabrufes zu erbringen hat. Bei Waren ist das einfach, wie beispielsweise in unserem Beispiel von Selbsttests. Aber es kann auch um Dienstleistungen gehen. Da könnte man dann beispielsweise vorschreiben, welchen Inhalt diese Dienstleistungen haben oder welche Ergebnisse diese Dienstleistungen bringen. Das ist eine Frage der Leistungsbeschreibung. Dazu hatten wir auch schon mal eine Podcast-Folge. Da möchte ich ganz gerne auch drauf verweisen. Aber das muss natürlich drinstehen. Dann als nächstes geht es darum, wann, wer, wie Einzelabrufe überhaupt tätigt bei dem Unternehmen. Sprich, sie schreiben erstmal rein, wer darf auf Grundlage dieser Vereinbarung Leistungen bei dem Unternehmen abrufen. Das sind dann die Abrufsberechtigten, die sogenannten. Dann wie wird Einzelabgerufen? Schriftlich, per Mail, auf Zuruf, mit einem Webshop. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die man sich da ausdenken kann. Dann natürlich die Vergütung ist drin zu regeln. Dann, falls es Waren sind und man bestimmte Lieferfristen haben, sind natürlich die Lieferfristen drin. Falls die Lieferfristen sehr wichtig sind, unter Umständen Vertragsstrafen, falls diese Lieferfristen nicht eingehalten werden. Und dann das übliche Drumherum, was man bei Verträgen eh immer mit drin hat. Bei jedem öffentlichen Auftrag. Aber das sind so die Stellschrauben, die eine Rahmenvereinbarung ausmachen. Was unbedingt auch noch in der Rahmenvereinbarung enthalten sein sollte, ist das voraussichtliche Gesamtauftragsvolumen. Das ist so gut wie möglich im Vorhinein zu ermitteln und bekannt zu geben, auch damit die Bieter abschätzen können, mit was für einem Umfang an Einzelaufträgen sie rechnen müssen. Hintergrund dieser Höchstgrenze ist eine Rechtsprechung des EuGH. Danach ist diese Höchstgrenze vertraglich nicht nur so festzulegen, dass der Auftragnehmer weiß, mit welcher Anzahl an Einzelaufträgen er zu rechnen ist, sondern der Vertrag ist bei Erreichen dieser Höchstgrenze auch zu beenden bzw. dann leer gelaufen. Das Ganze hat der EuGH entschieden, damit nur ein bestimmter Beschaffungsumfang dem Markt entzogen wird und die Bieter in dem Vergabeverfahren schon wissen, welcher Beschaffungsbedarf dem Markt entzogen wird mit dieser Vergabe. Dementsprechend muss diese Höchstgrenze nicht nur im Vertrag drinstehen, sondern auch in der europaweiten Bekanntmachung. Hier wurden wir gefragt, ob diese Höchstgrenze in einem Zusammenspiel mit einer etwaigen Mindestabnahmemenge steht, die man dem jeweiligen Auftragnehmer zusichert. Diese Frage können wir dahingehend beantworten, dass keinerlei Relation zwischen einer Mindestabnahmemenge und der vorzusehenden Höchstgrenze besteht. Grund hierfür ist, dass es grundsätzlich schon gar keine Verpflichtung des öffentlichen Auftraggebers gibt, eine Mindestabnahmemenge vorzusehen. Eine solche Mindestabnahmemenge kann nur dann unter Umständen verpflichtend vorzusehen sein, wenn aufgrund besonders hoher Liefermengen oder besonders kurzer Lieferfristen andernfalls ein übermäßiges unternehmerisches Risiko auf die Bieter überbordet würde, die von kleinen und mittleren Unternehmen kaum zu tragen wären. An dieser Stelle vielen Dank für diese Frage. Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, diese uns über schonvergeben.de zuzusenden. Wie wir eingangs schon erwähnt haben, ist die Rahmenvereinbarung selbst kein öffentlicher Auftrag, muss aber dennoch nach den Regeln des Vergaberechts ausgeschrieben werden. Die Vergabe einer Rahmenvereinbarung richtet sich bei oberschwelligen Liefer- und Dienstleistungsaufträgen nach § 21 Absatz 1 der Vergabeverordnung. Wie so oft im Vergaberecht gibt es auch spezielle Bestimmungen, beispielsweise für Bauleistungen, für den Sektorenbereich und auch im Unterschwellenbereich. Die Vergabe von Rahmenvereinbarung erfolgt nach den bekannten Verfahrensarten der Vergabeverordnung, das heißt im Wege eines offenen oder nicht offenen Verfahrens oder wenn die Voraussetzungen vorliegen in einem Verhandlungsverfahren. Das Verfahren läuft dann im Wesentlichen so ab, wie man es üblicherweise von Vergabeverfahren kennt. Dennoch gibt es einige Besonderheiten, die zu beachten sind. Insbesondere dürfen Rahmenvereinbarungen nur für eine begrenzte Laufzeit abgeschlossen werden. Das leuchtet einem relativ schnell ein, denn eine unbegrenzt laufende Rahmenvereinbarung wäre mit dem Vergaberecht und seinen Grundsätzen unvereinbar. Grundsätzlich im Oberschwellenbereich beträgt die maximale Laufzeit vier Jahre und im Unterschwellenbereich sechs Jahre. Das betrifft aber nicht die Länge der Einzelaufträge, die auf Grundlage der Rahmenvereinbarung geschlossen werden, sondern nur die Rahmenvereinbarung selbst. Also den Zeitraum, zu dem man auf Grundlage der Rahmenvereinbarung Einzelabrufe tätigen darf. Wie lange der Einzelabruf dann selber noch läuft, ist eine andere Frage. In begründeten Ausnahmefällen, in denen der Auftraggeber ein zwingendes leistungsbezogenes Interesse daran hat, dass die Rahmenvereinbarung über die grundsätzliche Laufzeit von vier beziehungsweise sechs Jahren geht, können unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes auch Ausnahmen gemacht werden. Eine weitere für Rahmenvereinbarungen geltende Besonderheit ist das sogenannte Missbrauchsverbot, das in § 21 Absatz 1 Satz 3 der Vergabeverordnung geregelt ist. Nach diesem Missbrauchsverbot dürfen Rahmenvereinbarungen nicht missbräuchlich oder in einer Art angewendet werden, den Wettbewerb behindert, einschränkt oder verfälscht. Die konkreten Anwendungsfälle dieses Missbrauchsverbots erschließen sich allein aus der Rechtsprechung. So wird nach der Rechtsprechung aus diesem Missbrauchsverbot beispielsweise das sogenannte Verbot der Doppelvergabe abgeleitet. Nach diesem Verbot der Doppelvergabe dürfen Auftraggeber dieselbe Leistung nicht in verschiedenen Rahmenvereinbarungen gleichzeitig ausschreiben. Das heißt, ein und derselbe Beschaffungsbedarf darf nur Bestandteil einer einzelnen Rahmenvereinbarung, niemals aber von zwei Rahmenvereinbarungen sein. Von diesem Verbot der Doppelvergabe gibt es wiederum eine Rückausnahme in Fällen, in denen die öffentlichen Auftraggeber ein berichtigtes Interesse an eben dieser Doppelvergabe haben, die beispielsweise daraus resultieren kann, dass sie über diese Doppelvergabe die Versorgungssicherheit gewährleisten wollen. Im Übrigen ist der Anwendungsbereich dieses Missbrauchsverbots aber eher gering. Deswegen leite ich hier auch direkt weiter an unser nächstes Teilthema, die Vergabe der Einzelaufträge. Genau, wir haben jetzt sehr viel über die Rahmenvereinbarung gesprochen, aber wie läuft eigentlich die Vergabe der Einzelaufträge selbst ab? Das ergibt sich aus den Absätzen 2 bis 5 des § 21 der Vergabeverordnung. Aus diesen Absätzen ergibt sich eine Systematik, die zum einen danach unterscheidet, ob es sich um eine abschließende oder nicht abschließende Rahmenvereinbarung handelt, also um eine Rahmenvereinbarung, die schon alle Bedingungen für den Einzelauftrag enthält oder nicht, und zum anderen danach, ob es eine Rahmenvereinbarung mit einem oder mit mehreren Unternehmen ist. Wie bereits erwähnt, sind Rahmenvereinbarungen geschlossene Systeme, das heißt, die Einzelaufträge werden ausschließlich zwischen den in der Bekanntmachung genannten Abrufberechtigten und denjenigen Unternehmen geschlossen, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Einzelauftrags Vertragspartei der Rahmenvereinbarung sind. Der Rahmenvereinbarung können grundsätzlich keine weiteren Unternehmen beitreten. Bei der Einzelauftragsvergabe dürfen keine wesentlichen Änderungen an den Bedingungen der Rahmenvereinbarung vorgenommen werden. Dadurch soll insbesondere verhindert werden, dass der Auftraggeber auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung Leistung vorbei am Wettbewerb beschafft, die eigentlich gar nicht Gegenstand der Rahmenvereinbarung sind. Bisher haben wir vor allem von Rahmenvereinbarungen gesprochen, die nur mit einem Unternehmen abgeschlossen werden. Die Besonderheiten ergeben sich aber eigentlich bei den Rahmenvereinbarungen mit mehreren Unternehmen. Die Rahmenvereinbarungen mit mehreren Unternehmen können zum einen so ausgestaltet werden, dass in der Rahmenvereinbarung schon alle objektiven Bedingungen zur Auswahl der einzelnen Unternehmen festgelegt sind. Das heißt, es steht schon bei Abschluss der Rahmenvereinbarung fest, nach welchen objektiven Bedingungen das jeweilige Unternehmen des Einzelauftrags ausgewählt wird. Das heißt beispielsweise, es wird zunächst der Bieter gefragt, der ursprünglich das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat. Und sofern der nicht liefern kann, fragt man dann den nächstgünstigsten Bieter und so weiter. Das ist eine Möglichkeit der Ausgestaltung. Genau, das ist die eine Möglichkeit. Das ist das sogenannte Kaskadenverfahren, was da eigentlich als Grundbeispiel immer genannt wird, als objektive Bedingungen für die Auswahl des Unternehmens des Einzelauftrages. Und auf der anderen Hand gibt es dann noch Rahmenvereinbarungen mit mehreren Auftragnehmern, wo eben auf Grundlage der Rahmenvereinbarung selbst noch nicht feststeht, wer Vertragspartner des Einzelabrufs wird, sondern in der Rahmenvereinbarung sind die Bedingungen eines dann zu vollziehenden Mini-Wettbewerbs festgelegt, auf deren Grundlage dann wiederum das Unternehmen, mit dem der Einzelauftrag geschlossen wird, ausgewählt wird. Hierdurch wird für die Laufzeit der Rahmenvereinbarung noch ein kleiner Wettbewerb aufrechterhalten, wodurch der Auftraggeber die Möglichkeit hat, auch weiterhin in den Genuss der jeweils günstigsten Marktpreise zu gelangen. Dieser Mini-Wettbewerb läuft dann so ab, dass der Auftraggeber die Unternehmen konsultiert, ob sie in der Lage sind, den Einzelauftrag auszuführen. Und er fordert die Unternehmen dann zur Angebotsabgabe auf. Hierfür setzt er ihnen eine angemessene Frist und berücksichtigt dabei insbesondere den noch nötigen Aufwand für die Angebotserstellung, nachdem ja schon vorher eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen wurde. Nach Eingang der Angebote und Ablauf der Angebotsfrist prüft der Auftraggeber dann nach dem bekannten Vorgehen anhand der Zuschlagskriterien, welches Angebot das wirtschaftlichste ist. Und dieses Angebot erhält dann den Zuschlag. Da es der Gesetzgeber leider versäumt hat, eine Ausnahme von der Verpflichtung zur Vorabinformation vorzusehen, ist leider auch nach diesen Mini-Wettbewerben an die unterlegenen Bieter eine Vorabinformation zu versenden, die den Vorgaben des Paragrafen 134 genügt und auch die entsprechende Wartefrist einzuhalten, bevor man den Zuschlag erteilt. Hierdurch wird der eigentliche Vorteil von diesen Mini-Wettbewerben leider ein bisschen konterkariert, da eben der Zeitvorteil, der dadurch eintritt, dass man eben in diesen Mini-Wettbewerben die normalen Angebotsfristen nicht mehr einhalten muss, dann aber wiederum aufgefressen wird dadurch, dass man die Zehntagesfrist einhalten muss. Das waren dann jetzt auch die wichtigsten Themen, die wir Ihnen in Zusammenhang mit Rahmenvereinbarungen mitgeben wollten. Um auch noch weitere Stellschrauben einer rechtmäßigen Vergabe und den damit verbundenen Instrumenten und Gegebenheiten kennenzulernen, folgen Sie gern weiter unserem Podcast. Wenn Sie regelmäßige Updates zum Vergaberecht haben möchten, melden Sie sich auch sehr gern für unseren Newsletter an. So erhalten Sie immer die aktuellsten News ums Vergaberecht. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und möchten wie immer noch auf unsere Blogseite, auf unsere Homepage sowie unsere E-Mail-Adresse schonvergeben.heuking.de hinweisen, die Sie dann auch in den Shownotes finden. Wir hoffen, Sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen und von unserer Seite sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst.